Herzlich willkommen zum Spielsatz SSC, dein Volleyball-Podcast rund um den SSC Palmberg-Schwerin. Mein Name ist Verena Lukaschek und ich freue mich, eure Gastgeberin zu sein. Ich bin Online-Redakteurin bei der SVZ und ehemalige Social Media Managerin des SSC. Für euch befrage ich Team, Trainer und Staff zum Leben in und um den Verein. Wir geben euch interessante Einblicke, damit ihr das Team und den Verein auch abseits des Feldes kennenlernen könnt. Mit ihren gerade mal 22 Jahren gilt sie als Ausnahmetalent und ist aus dem Volleyball-Sport nicht mehr wegzudenken. Und auch in der deutschen Nationalmannschaft ist sie fester Bestandteil. In dieser Folge zu Gast Außenangreiferin Lina Alsmeier. Lina, herzlich willkommen. Ich freue mich super doll, dass du da bist. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Wir sind hier gerade in der Palmberg-Arena und vielleicht hört man es. Es spielen hier nämlich auch die Nachwuchsmannschaften vom SSC. Also wenn hier irgendwelche Volleyball-Geräusche sind, dann ist das der SSC Nachwuchs. Lina, zu Beginn eines Spiels, da wird ja erstmal die Starting Six aufs Feld geschickt und ich habe auch eine Starting Six aufgestellt und zwar in Form von sechs kurzen Entweder-Oder-Fragen. Okay. Nordsee oder Ostsee? Nordsee, ganz klar. Weil das deine Heimat ist? Ja, weil ich da tatsächlich, ich glaube, über 15 Jahre schon immer wieder hinfahre nach Borkum auf die ostfriesischen Inseln. Genau. Und das ist wie so eine zweite Wahlheimat für mich. Da sind wir öfter mit der Familie. Mittlerweile auch Langeoog des öfteren Mal. Genau. Und nehmen den Hund mit. Und ja, das ist wirklich Heimat für mich, ja. Und da kann die Ostsee nicht so ganz mithalten? Nee, leider nicht. Also die Ostsee hat auch ihren Charme, definitiv. Aber einfach dadurch, dass ich schon so lange dort immer wieder hingefahren bin, ja, habe ich da einfach eine etwas tiefere Verbundenheit. Online-Shoppen oder im Laden kaufen? Online-Shoppen mittlerweile. Also ich mag total gerne shoppen zu gehen. Aber ja, dadurch, dass es mit Corona einfach irgendwie ist das Online-Shoppen da viel präsenter geworden und auch einfacher teilweise wirklich. Unumständlicher. Genau. Unumständlicher. Klar, es ist immer noch schön, mal so zu bummeln. Aber mittlerweile weiß man auch ganz oft, wonach man sucht. Und dann ist es einfacher, das online zu bestellen. Und manchmal auch günstiger, weil dann hast du noch irgendwelche Rabattcodes oder Guteine. Ja, das stimmt. Genau. Samstag oder Sonntag? Sonntag. Weil da frei ist? Freier Tag, ja. Bücher oder Podcast? Bücher, definitiv. Kochen oder bestellen? Kochen, ja. Wenn du mal einen Tag frei hast, dann Action oder Entspannung? Entspannung, definitiv. Einfach dadurch, dass ich in meinem Alltag schon so viel Action habe, bin ich dann mal froh, wenn ich ein bisschen entspannen darf und kann auch gut mal so einen Tag auf der Couch verbringen. Wenn du dir deinen perfekten freien Tag so voll von Entspannung vorstellst, wie würde der dann aussehen? Er würde anfangen mit Ausschlafen, definitiv. Dann mit einem ganz entspannten Frühstück, einem schönen Kaffee. Vielleicht würde ich mir Pancakes machen. Dann würde ich mir, glaube ich, mein Buch schnappen, ein bisschen lesen und mit meinen Eltern telefonieren, auch einen schönen Spaziergang machen vielleicht. Vielleicht auch abends irgendwie ins Kino gehen oder so. Ja, so würde ich mir meinen perfekten, entspannten Tag ohne Volleyball, ohne Uni, ohne sonst Dingen Stress vorstellen, ja. Und wie oft hast du unter der Saison Zeit, dass der Tag auch tatsächlich mal so aussieht? Nicht ganz so oft, selten. Klar haben wir ab und an auch mal freie Tage, aber die nutzt man dann auch, wie gesagt, mal was für die Uni zu machen oder irgendwie Sachen zu erledigen, die über die Woche halt liegen geblieben sind, weil man es zwischen den Trainingseinheiten dann mal nicht schafft. Genau, also so einen puren Tag, nur Entspannung, nicht so häufig. Habt ihr ausschließlich den Sonntag frei unterhalb der Saison oder gibt es auch in der Woche irgendwie nochmal Sideslots, wo ihr sagen könnt, ja, hier ist jetzt Zusammenhängzeit, dass wir mal raus können aus dem Volleyballbereich? Ja, wir haben tatsächlich öfter mal auch irgendwie Nachmittage frei, weil wir dann nur vormittags trainieren und das ist dann auch ganz schön, weil da hat man dann auch irgendwie Zeit, was zu schaffen. Mit den Mädels gehen wir auch öfter mal in den Tisch. Das ist ja dieses Coworking Café hier in Schwerin, was wir total gerne mögen und da sind wir auch regelmäßig anzutreffen. Genau, das hat Pia auch schon erzählt, dass das so einer eurer Lieblingsorte ist. Ja, absolut, muss ich sagen. Also sowohl alleine gehe ich da gerne hin, als auch mit den Mädels. Also so fast an jedem freien Nachmittag in der Woche, wenn dann mal kein Training ist, fragen wir in der Gruppe, kommt wer mit in den Tisch und da melden sich eigentlich irgendwie regelmäßig zwei, drei Mädels. Wir saßen da auch schon mal glaube ich mit sechs, sieben, acht Mädels. Also wir füllen den Laden gerne. Seid garantiert auch gern gesehene Gäste. Ja, ich hoffe es. Ne, aber es ist total schöne Atmosphäre da und man isst produktiv, quatscht gerne und trinkt auch ein schönes Caffeine, genau und toll, ja. Wenn ihr jetzt so Sonntag als einzigen richtigen freien Tag für euch habt, dann kann ich mir vorstellen, dass die Qualität des freien Tages aber trotzdem auch davon abhängig ist, ob ihr ein Auswärtsspiel habt oder ob ihr ein Heimspiel habt. Denn gerade wenn ihr Auswärts spielt, ihr kommt manchmal erst mitten in der Nacht zurück. Ja, definitiv. Also ich muss ja sagen, Schwerin liegt ja nicht ganz in der Mitte von Deutschland. Nicht ganz. Man hat definitiv weite Auswärtsfahrten, genau und da kommt man regelmäßig erst um vier, fünf Uhr nach Hause von den ganz weiten Fahrten Stuttgart, Fitzbiburg, genau ins tiefste Bayern. Da ist man auch teilweise erst um sieben Uhr in der Früh zu Hause, kann es gefühlt frische Brötchen vom Bäcker mitbringen. Ja, aber da hängt man dann doch ein bisschen in den Seilen, wenn man so eine Nacht im Bus verbracht hat. Da ist der freie Tag dann auch wirklich wichtig im Nachhinein und dann verbringt man den aber auch viel mit Schlafen, Ausruhen und dann da passiert nicht mehr viel an dem Tag. Kannst du den dann trotzdem irgendwie genießen, so für dich auch nutzen, dass du das Gefühl hast, ja, frei hatte ich trotzdem oder dient es ausschließlich Erholung und eigentlich mit dem Kopf schon wieder Fokus aufs nächste Training? Ja, er dient schon wirklich der Regeneration dann, weil also ich muss sagen, da hängt man wirklich schon ein bisschen in den Seilen und viel macht man an den Tagen dann auch nicht mehr. Und klar nutzt man die freie Zeit auch irgendwie. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass es dann so ein verschwendeter Tag ist, wenn ich wirklich nur rumhänge oder schlafe oder chille und nichts Produktives sozusagen in dem Sinne gemacht habe, da fühle ich mich manchmal schon richtig schlecht. Ja, aber manchmal braucht man das einfach, dass man dem Körper Ruhe gibt. Man kann ja nicht immer on sein und nicht immer irgendwas schaffen und produktiv sein. Der Kopf muss sich auch mal aus. Ja, absolut. Und dann muss man auch mal nicht ganz so streng mit sich sein und darf auch mal sagen, okay, es war jetzt wirklich ein anstrengendes Wochenende, ein anstrengendes Spiel. Man kommt erst ganz, ganz spät beziehungsweise früh am nächsten Morgen wieder. Dann darf man auch einfach mal ein bisschen weniger machen. Absolut. Sag mal, woher kommt eigentlich deine Liebe zum Volleyball? Warum bist du in diesem Sport gelandet? Meine Liebe zum Volleyball kommt definitiv von meinem Papa. Ich habe als kleines Kind schon immer in Schütthorff, war das damals, bin ich immer mit zu den Spielen von meinem Papa gegangen und mein großer Bruder und meine kleine Schwester waren auch immer mit dabei. Und mein Papa hat erste Liga gespielt und auch zweite Liga ganz lange. Und dann auch in den älteren Jahren haben die mit deren Altherrentruppe, nenne ich sie mal, ganz lange noch Regionalliga gespielt. Und als kleines Kind haben die dann immer versucht, sozusagen ein Drittel der Halle abzutrennen. Und dann durften die ganzen Kinder der Spieler da immer rumtoben und spielen und sich matten, schnappen und einfach durch die Halle toben. Und ich glaube dadurch, dass ich einfach gefühlt dort schon jedes Wochenende in der Halle war, kommt meine Liebe zum Volleyball. Tatsächlich bin ich damals davon ausgegangen, dass es nur Männervolleyball gibt. Ach wirklich? Genau. Und dann, als ich erfahren habe, dass es in meinem Dorf eine Sport AG, eine Volleyball AG gibt, hat mich da eine damalige Freundin mit hingenommen und ab dann hat mein Herz für Volleyball geschlagen. Wie alt warst du, als du dann auch so zum ersten Mal selbst Richtung Volleyball gegangen bist und gespielt hast? Also in dieser AG, damals hieß es da Fangen und Werfen, das hatte noch nicht viel mit Volleyball zu tun, war ich sechs, glaube ich, in der ersten Klasse damals. Und so, wo es dann richtig zum Volleyball ging, war ich zehn, glaube ich. Da habe ich dann mit der U12 angefangen. Da hieß es damals noch zwei gegen zwei und dann U13, drei gegen drei. Auf dem kleinen Feld sozusagen. Genau. Aber dadurch, dass ich, glaube ich, schon mit dieser Fangen und Werfen AG angefangen habe, ganz früh, hatte ich einfach schon, ich glaube, ein ganz gutes Gefühl für den Ball. Genau. Und dann konnte ich mich da nicht mehr wegdenken aus der Volleyballhalle. War dir denn auch so früh schon klar, dass du den Volleyballsport auf jeden Fall professionell machen möchtest? Auf gar keinen Fall. Nein. Das war mir noch nicht so früh klar. Ich wusste auch nicht, dass man damit Geld verdienen kann, geschweige denn davon leben kann oder das als Job ausüben kann. Ja, ich bin dann mit 13, glaube ich, war es in den NWVV, also in den Niedersachsen-Kader, hieß es damals noch, gerutscht und bin dann halt auch mit zu den Bundespokalen gefahren, mit zum MCPOM Cup. Der hat hier in der Schweriner Halle stattgefunden. Ja, du warst ganz früh schon mal in Berlin. Genau. Ich war schon mal in dieser Halle sozusagen mit 14, 15 Jahren vielleicht, wenn nicht sogar 13. Ich weiß es nicht mehr, schon so lange her. Auf jeden Fall kann ich mich aber noch daran erinnern, dass wir als kleine Mädchen versucht haben, hier in der Palmberg Arena an die Decke baggern zu können. Und das war einfach unmöglich damals als so kleines Mädchen. Das haben wir, also es war cool, das zu versuchen, aber haben wir einfach nicht geschafft. Und genau deswegen, das war so beeindruckend, weil diese Halle so groß war und ich das einfach noch nicht kannte von meiner Dorfhalle, sage ich jetzt mal. Genau. Und dann bin ich gesichtet worden für die Jugendnationalmannschaft. Ja, und bin dann nach Chienbaum zu diesem riesen Sichtungslehrgang. Ich glaube, mit 60 Mädels waren wir damals und bin dann in die engere Auswahl gekommen. Und erst da kam so der Gedanke so, boah, okay, das könnte ja in Richtung Profivolleyball gehen, weil damals auch so dann die Frage im Raum stand, Internat, kein Internat, weil mein Damian Liga-Bundestrainer zu mir gesagt hat, ja, es schaffen kaum Mädels in die Nationalmannschaft, wenn sie nicht auf einem Sportinternat sind, einfach weil man dann Sport und Schule einfacher kombinieren kann. Und das, sage ich jetzt mal, auf einer normalen Schule, in einem normalen Heimatverein kaum möglich ist, weil man einfach auch viel aus der Schule raus muss, um irgendwelche Lehrgänge mitzumachen, Turniere. Auch dort sind wir schon ins Ausland gefahren mit der Jugendnation, waren wir öfter mal in Italien. Ja, und an einer normalen Schule hätte ich das, glaube ich, nicht mitmachen können, einfach weil ich den Stoff niemals hätte aufholen können. Genau, und dann, ja, stand die Entscheidung doch irgendwann fest, dass ich nach Münster aufs Internat gehe. Wie weit war Münster dann von deinem Zuhause entfernt? Letztendlich nur eine Stunde, für mich war es damals die Welt, wirklich. Na klar, wenn man so jung ist. Ja, und ich weiß auch noch, dass meine Mama zu mir gesagt hat, okay, Lina, du probierst das aus und wenn es dir einfach nicht gefällt, dann bist du Weihnachten wieder zu Hause. Dann machst du ein halbes Jahr da und dann, wenn du sagst, das ist nichts für dich, dann kommst du einfach wieder nach Hause. Aber nicht, dass du es später bereust und sagst, du hast es nicht versucht. Ja, dann hat sich herausgestellt, nee, Mama, ich will doch nicht wieder nach Hause. Ich bleibe hier, finde ich super. Gefällt mir ganz gut hier. Ja, hab da auch Freunde fürs Leben gefunden in den drei Jahren Internatszeit. Genau, und bin dann durch den, ich sag mal Glück und Unglück, weil wir damals mit der Internatsmannschaft sozusagen die zweite Liga gespielt haben, abgestiegen sind, weil wir kein VCO-Recht hatten. Wir haben das sozusagen aus eigener Kraft gestemmt, beziehungsweise nicht gestemmt, weil wir abgestiegen sind. Genau, und dann bin ich dadurch halt in die erste Mannschaft gerutscht. Ja, weil wir damals auch, ich muss sagen, einen tollen Trainer hatten, der die Jugend echt viel gefördert hat und mich und Luisa Keller direkt hochgezogen hat. Und ja, da war ich gerade 17. Super, super jung. Das ist wirklich nicht selbstverständlich, dass man so jung auch schon in der ersten Mannschaft spielt. Und das war ja dann schon erste Bundesliga, das heißt, ihr habt damals schon gegen Schweringen gespielt, gegen Stuttgart gespielt und du warst voll mit dabei. Ja, tatsächlich wurden wir als Nummer 13 und 14 sozusagen im Kader eingeplant und uns wurde gesagt, ja, wir gucken mal, die Heimspiele seid ja auf jeden Fall dabei, auswärts wissen wir noch nicht. Dann hat sich einer der Top-Außenangreiferinnen verletzt und auf einmal stand ich da auf dem Feld sozusagen und war nicht mehr Nummer 13 oder 14. Ja, und ich glaube wirklich Glück im Unglück, dass sie sich verletzt hat, weil dadurch, also das wünscht man natürlich keinem, aber dadurch habe ich einfach früh viele Erfahrungen sammeln können. Und genau, dann habe ich mit 17 meine erste Bundesliga-Saison gespielt. Wahnsinn. Was hat deine Familie dazu gesagt? Also dein Papa als ehemaliger Volleyballer und da steckt dann ja, glaube ich, auch ganz viel eigene Emotionen von deiner Familie dahinter. Ja, absolut. Also mein Papa, ich glaube, der hätte auch nie gedacht, dass ich so einen Weg gehen würde und dass Volleyball für mich so ein großer Teil im Leben werden würde. Und ich glaube, deshalb ist er halt auch mit so stolz auf mich und meine Mama auch. Und ja, mein Bruder und meine Schwester, die haben auch Volleyball gespielt und dadurch konnte man also einfach immer mit denen auch so darüber reden. Und die waren also immer so präsent auch bei dem Thema. Und ja, meine ganze Familie lebt diesen Sport einfach. Alle Volleyball verrückt. Ja, wirklich. Du hast jetzt ja schon sehr, sehr früh mit allem angefangen. Du warst sehr früh aktiv und auch wirklich voll involviert. War das für dich dann immer noch Freizeit oder war das eigentlich, ja, manchmal auch schon eine gewisse Pflicht? Gerade so, als du noch jünger warst? Tatsächlich habe ich es da immer noch als mein Hobby angesehen. Auch in meiner dritten Saison sozusagen in Münster dadurch, also, dass ich immer noch jung war, dachte ich mir so immer, also es ist toll, dass ich mit meinem Hobby so viel erleben darf. Und auch dort schon durfte ich kleines Geld verdienen, was für eine 17-Jährige, 18-Jährige damals auch schon super war. Genau, andere müssen für ihr Geld da in dem Alter irgendwie kellnern oder irgendwie den Tellerwäscher machen. Das hat mein Bruder zum Beispiel gemacht. Der meinte immer so, Lina, sei froh, dass du das machen darfst mit deinem Hobby. Und das ist der absolute Luxus. Und ich glaube, ich habe jetzt erst in den letzten ein, zwei Jahren realisiert, dass das nicht nur ein Hobby ist, sondern wirklich mein Job und mein Beruf. Und dass das Ganze auch viel mehr ernst mittlerweile ist, als es damals war. Und auch irgendwo ein gewisses Business, weil was ich jetzt auch so hier miterlebe mit den ganzen Sponsoren und so, da steckt so viel dahinter und auch so viel Geld auch dahinter. Und das denkt man alles gar nicht mit seinen jungen Jahren da, dass er wirklich, also so ein großer Verein hat, auch so viel Verantwortung. Und ja, ich glaube, das habe ich erst wirklich dann hier in der Zeit in Schwerin gelernt, ja. Und sowohl früher als auch heute, hast du denn noch Zeit, anderen Hobbys nachzugehen? Gibt es andere Hobbys? Ist das möglich? Hobbys, also jetzt so sportliche Hobbys auf gar keinen Fall. Dafür hat man einfach keine Zeit und Energie, genau. Aber ich würde schon so ein Hobby von mir ist Lesen, definitiv. Ich lese gerne normale Bücher, ich lese gerne Mangas. Ich, ja, da kann ich wirklich total abschalten dabei und auch in eine andere Welt abtauchen. Das ist für mich so ein Hobby, definitiv, ja. Und wie sieht es aus? Du spielst ja nicht nur Volleyball, sondern du machst nebenbei auch noch ein Studium. Ja, genau. Ich studiere an einer Fernuniversität, Medienmanagement, bin da jetzt im vierten Semester. Also ich habe sozusagen nach meinem Abitur ein Jahr Pause gemacht, habe sozusagen nur Volleyball gespielt, wollte mal so gucken, wie das so ist. Auch mal ein paar, ja, einfach Pause haben vom ständigen Lernen, weil fürs Abitur, das war auch stressig damals, so erste Bundesliga und Abitur nebenbei. Genau, aber ja, ich glaube, dass es zum Beispiel voll unsere deutsche Mentalität ist, dass man immer einen Plan B braucht. Auch, dass man was braucht für das Leben nach dem Sport, sage ich jetzt mal, weil das kannst du auch nicht ewig weitermachen. Das hält der Körper ja nicht durch. Das hat mir meine Mama zum Beispiel auch ganz früh gepredigt. Du, Lida, mach auf jeden Fall was nebenbei. Das kann nicht ewig so weitergehen. Genau, deswegen, ja, mache ich das oder versuche es nebenbei zu machen, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie zeitintensiv das Training, die Spiele so sind, auch mit dem Reisen. Und letzte Saison und diese Saison haben wir auch international gespielt und da kommen auch viele Flüge, sage ich jetzt mal, dazu. Und ja, da versuche ich, so gut es geht, nebenbei auch was für die Uni zu machen, genau. Schaffst du das gut, unter einen Hut zu bekommen? Machst du dir dann da Pläne, diese Woche funktioniert es nebenbei zu studieren, diese Woche ist eher schlecht oder lässt du das wirklich auf dich zukommen? Ne, ich mache mir definitiv Pläne. Ich plane gefühlt mein ganzes Leben. Ich bin, was das angeht, definitiv sehr strukturiert und mag es auch, strukturiert zu sein. Ich habe einen Pläner, sage ich jetzt mal, wo ich mir alles eintrage und mir auch explizit eintrage, wann ich Zeit für die Uni mir nehmen möchte. Natürlich geht das mal mehr, mal weniger. Zum Beispiel in Wochen, wo wir viel reisen, hat man weniger Zeit. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel eine Woche zu Hause sind und am Samstag spielen und dann unterhalb der Woche, habe ich dann definitiv Zeit für die Uni. Genau und möchte da eigentlich auch, so gut es geht, halt vorankommen. Oder auch zum Beispiel auf Auswärtsfahrten, die versuche ich auch immer sehr produktiv zu nutzen, weil wenn man dann eh gezwungen ist, sozusagen zwischen sechs, sieben, acht Stunden im Bus zu sitzen, dann kann man die Zeit eigentlich auch gut für die Uni nutzen, ja. Machen das viele auf Auswärtsfahrten, dass man sich dann eben das vornimmt, was man sonst unter der Woche nicht schafft, weil die Zeit eher tot ist? Ja, genau. Ich kenne das von einigen der Mädels, dass sie das auch machen, dass man die Hohinfahrt auf jeden Fall nutzt. Rückfahrt ist dann meistens schon spät abends. Aber die Zeit, genau, das ist, wie du es gerade gesagt hast, irgendwie ein bisschen so eine verlorene Zeit. Dann kann man die auch produktiv nutzen, ja. Und das schaffst du auch vom Kopf her, also dich dann wirklich auf die Sache zu konzentrieren und nicht eigentlich schon voll beim Spiel zu sein und da vielleicht zu überlegen, na, den und den Gegner haben wir, was muss ich da jetzt eigentlich beachten? Ne, das schaffe ich tatsächlich, aber auch glaube ich nur geschuldet dessen, dass wir meistens einen Tag vorher zu den Spielorten fahren und an dem Tag selber, an dem Spieltag selber würde ich glaube ich nie schaffen, etwas für die Uni zu machen. Da ist mein Kopf ganz woanders. Ja, aber einen Tag vorher geht das schon, ja. Du bist jetzt 2020 mit gerade mal 20 Jahren vom USC Münster dann nach Schwerin hier zum SSC gekommen und das ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass beim SSC junge Spielerinnen sind, hat man immer mal. Aber du hast von Anfang an hier sehr viel Verantwortung übernommen auf dem Feld und du warst direkt Stammbesetzung, du bist direkt in der Starting Six gewesen. Wie war das für dich? Tatsächlich sehr überraschend auch, also als ich den Vertrag damals für Schwerin unterschrieben habe, war ich natürlich super aufgeregt und habe mich total über die Chance gefreut, habe aber nie damit gerechnet, dass ich direkt von Anfang an auf dem Spielfeld stehen werde. Aber ich bin immer noch sehr überrascht, wie viel Vertrauen mir da auch Felix geschenkt hat und ich würde mittlerweile auch sagen, das hat sich ausgezahlt. Auch so Saison zwei und jetzt in der dritten Saison. Also, ja, ich habe schon definitiv mehr Vertrauen auf dem Feld und weiß auch so ein bisschen, wie Felix tickt einfach und genau, ich glaube, wir kennen uns da mittlerweile ganz gut. Die Erwartungen, die zum Anfang an dich gestellt wurden, war das schwierig für dich, das umzusetzen? Ja, nein, sage ich jetzt mal, weil am Anfang wurden, glaube ich, noch nicht so viele Erwartungen an mich gestellt, dadurch, dass ich eine sehr erfahrene Außenangreiferin mit damals Greta, Chuck, Maria an meiner Seite hatte. Da war ich definitiv das Küken und durfte dann auch nochmal ein, zwei Fehler machen. Das hat sich jetzt natürlich in den letzten Jahren etwas geändert. Da habe ich definitiv mehr Verantwortung übernommen und durfte dann sozusagen in meiner ersten Saison lernen, mit dieser Verantwortung einfach umzugehen. Und wie ist deine Familie damit umgegangen oder auch deine Freunde, als es hieß, okay, du wechselst jetzt nach Schwerin, das Angebot ist da und du nimmst es definitiv auch an? Ja, also ich glaube, so ein Angebot unterschlägt man nicht. Gerade wenn man aus der Deutschen Bundesliga kommt oder vorher dort gespielt hat, dann ist es natürlich eine Riesenchance, nach Schwerin gehen zu dürfen. Ja, ich, meine Eltern und meine Familie, die haben das natürlich von Anfang an direkt unterstützt und waren da auch Feuer und Flamme. Womit ich aber nicht gerechnet hätte, wäre zum Beispiel auch die damalige Reaktion meines Freundes. Der hat auch direkt gesagt, Lina, mach das auf jeden Fall, das ist eine Riesenchance und wenn alles klappt, dann werde ich auch mit dir kommen. Und ja, so war das dann auch und wir sind zusammen nach Schwerin gezogen und wohnen jetzt auch immer noch zusammen. Und ich bin super dankbar für seine Unterstützung und ich glaube, das hat mir den Schritt definitiv erleichtert. Ja, und er gibt mir da auch sehr viel Vertrauen und Rückhalt. Da würde ich gleich auch gerne nochmal mit dir drauf zurückkommen. Das ist nämlich auch ein sehr spannendes Thema, weil das natürlich nicht selbstverständlich ist, dass der Partner dann auch mitzieht und dass die Möglichkeit überhaupt auch besteht. Was mich aber vor allem auch noch interessieren würde, ist, ob du mit der Entscheidung, nach Schwerin zu gehen, auch manchmal Ängste gehabt hast, vielleicht Erwartungen zu enttäuschen oder dass das, was dir von deiner Familie, von deinen Freunden gewünscht wird, dass du das vielleicht nicht einhalten kannst. Ja, absolut. Also ich hatte eine große Unsicherheit, wie ich auch schon vorhin gesagt habe. Ich habe erstmal überhaupt gar nicht damit gerechnet, dass ich spiele, geschweige denn von Anfang an auf dem Feld stehe und wirklich jedes Mal in der Starting Six stehe. Da war ich definitiv unsicher und habe auch nicht das größte Selbstvertrauen damals gehabt, geschweige denn. Also ich bin auch immer noch nicht die größte selbstbewusste Person, sage ich jetzt mal. Das ist immer noch so ein Ding, an dem ich arbeite. Ich glaube, daran kann man sein ganzes Leben arbeiten. Ja, aber ich hatte da definitiv auch Ängste, dass es mir dort nicht gefällt. Ja, und ich mit dem Druck vielleicht, der auch auf so einem Team lastet, nicht klarkomme, weil man ja schon auch die Anforderungen an sich selbst und an das Team hat, dass man Deutscher Meister wird, dass man mindestens Pokalsieger wird oder einen Supercup holt, dass man auf jeden Fall mit einem Titel aus der Saison rausgeht. Das kannte ich vorher noch nicht so. Ja, das war eine komplett neue Aufgabe, mit der ich lernen musste, umzugehen. Du hast es gerade schon angesprochen. Du hast das Glück gehabt, dass dann auch dein Freund gesagt hat, mach du auf jeden Fall und ich komme sogar noch mit. Dieses Privileg haben nicht alle Spielerinnen, dass der Partner auch die Möglichkeit hat, dann herzukommen, ob das jetzt berufsmäßig ist oder ob das irgendwie auch aus der Entfernung heraus ist. Das heißt, wie sehr unterstützt dich das Ganze, dass er hier vor Ort sein kann und dir dann vielleicht auch Unsicherheiten abnehmen kann? Ja, absolut. Auch das unterstützt mich total, weil, also ich glaube, wir wohnen ja jetzt schon drei Jahre hier zusammen und ich muss sagen, das ist schon ein absoluter Luxus, dass man nach Hause kommt und jemand ist da. Und jemand wartet sozusagen auf dich und freut sich, dass du nach Hause kommst oder wenn ein Training auch mal nicht so gut läuft, sitzt man nicht alleine zu Hause und hat jemanden, mit dem man darüber reden kann. Natürlich läuft nicht immer alles glatt und das ist nicht die perfekte, ich sag mal, wie soll man es sagen, also Liebesbeziehung. Natürlich hat man auch mal Streit oder Meinungsverschiedenheiten, aber ich glaube, das macht man alles, also es macht einen nur stärker zusammen und dadurch haben wir auch einfach schon so viel erlebt jetzt in den vier Jahren sozusagen, die wir zusammen sind, dass uns da eigentlich ein ganz starkes Band verbindet. Ich finde das total schön zu hören, weil du sagst, ihr seid vier Jahre zusammen, ihr seid jetzt hier um die drei Jahre ungefähr gemeinsam. Eigentlich wart ihr noch kurz zusammen, als dann diese Entscheidung auch anstand und dass sich das alles so schön bei euch gefügt hat, dass ihr da so super miteinander umgehen könnt. Ja, voll, also damals genau, als sie dann die Entscheidung sozusagen anstand, waren wir gerade erst mal ein Jahr zusammen und ich glaube nicht, dass es selbstverständlich ist, dass man nach einem Jahr auch zusammenzieht und das ist auch somit, würde ich behaupten, die größte Probe, auf die man gestellt wird in einer Beziehung, wenn es ans Zusammenziehen geht, weil dann merkt man schon nochmal, wie der andere ein bisschen tickt. Und man hat auch verschiedene Ansichten, was zum Beispiel Sauberkeit angeht oder. Kennen wir alle. Ja. Oder genau, ich bin zum Beispiel, ich mag das überhaupt nicht, wenn es unordentlich ist oder so. Ich räume immer überall hinterher und mag das nicht, wenn eine Sache an irgendeinem Ort liegt, die vorher dann nicht gelegen hat. Du sagst ja auch, du bist eh sehr strukturiert, das kommt da wahrscheinlich auch mit her. Ich muss auch sagen, Fabi, der hat es, also mein Freund, der hat es definitiv nicht einfach mit mir. Ich bin total pieselig, was das angeht und das weiß ich auch selber, kann es nicht immer abstellen und er erträgt da wirklich einiges. Also habe ich da auch wirklich großen Respekt an ihn zu zollen, weil ich da wirklich manchmal etwas komplizierter bin, was das angeht. Also danke an Fabi. Und erzähl mal, wie habt ihr euch denn hier bisher eingelebt? Ja, total gut, muss ich sagen. Genau, wir sind zusammen erst in eine der Vereinswohnungen gezogen, sind aber jetzt im Dezember in eine eigene Wohnung gezogen, die wir uns hier gekauft haben. Als Investition, als Ort für uns zum Zusammenleben, genau, als Ort, wo wir halt immer bleiben können. Genau, ja, und da stand halt nochmal ein Umzug an im Dezember, aber das war auch definitiv mit Stress verbunden, so ein Umzug. Also während der Saison. Genau. In der Saisonpause könnte man ja meinen, da ist ein guter Zeitpunkt, also mitten in der Saison. Nee, genau, das war vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, aber wir hatten einfach den Vorteil, dass wir die andere Wohnung noch hatten in dem Moment und kein, sag ich jetzt mal, Enddatum, wo wir umziehen müssen. Und dann haben wir immer Stück für Stück mal was rübergebracht, weißt du, wir sind nicht an einem Tag umgezogen, sondern gefühlt über zwei Wochen. Macht es dann wieder ein bisschen entspannter. Das macht es definitiv entspannter und ja, deshalb ging das auch noch. Habt ihr denn auch so Anschluss von außen, so ein Umzug, der muss ja manchmal auch mit ein paar Leuten gemacht werden. War das Team mit dabei oder habt ihr Leute hier mittlerweile in Schwerin auch kennengelernt, wo ihr sagt, die sind immer da und die können auch immer mithelfen? Ja, definitiv. Die Mädels haben sich direkt angeboten, auch Kisten zu schleppen, aber da dachte ich mir auch so, boah, ich will denen nicht noch irgendwelche Kisten aufbürden. Und die fünf Stockwerke erstmal runterschleppen und dann wieder zwei Stockwerke hoch. Muss nicht in der Saison sein. Schaffen würden sie es. Schaffen würden sie es. Das sind super toughe Mädels, definitiv. Aber das wollte ich denen nicht antun. Tatsächlich haben wir einen Großteil selber gemacht, aber wir hatten auch viel Hilfe von den Trainerkollegen von Fabi. Der trainiert nämlich auch hier die U14-Mädels. Genau. Und da hat er, glaube ich, auch mittlerweile echt gute Freundschaften knüpfen können in dem Trainerbüro der Jungs und der Mädels, sage ich jetzt mal, der ganzen Jugendmannschaften. Und da muss ich sagen, bin ich echt super dankbar, dass die uns teilweise zur Hand gegangen sind, weil ich glaube, ich wäre an meine Grenzen gestoßen, da teilweise irgendwelche Schränke oder eine neue Couch, ein neues Bett hochzuschleppen. Das hätte ich nicht geschafft, obwohl ich Krafttraining mache. Genau. Deswegen war ich umso dankbarer für die Hilfe, ja. Also kann man sagen, auch Fabi ist hier mittlerweile total gut angekommen. Ja, voll, absolut. Genau. Der arbeitet ja hier und ist ja auch mittlerweile beim SSC dann angestellt und hilft viel mit. Und der hat lange auch selber Volleyball gespielt und deswegen gehört da auch so ein Teil seines Herzens dem Sport einfach. Und ja, deswegen hat er sich mittlerweile hier auch ein schönes Umfeld aufbauen können. Ihr habt beide sehr viel Erfahrung im Volleyball, würde ich jetzt mal behaupten. Wie viel wird denn da zu Hause noch über Volleyball gesprochen? Ich glaube, nicht so viel, wie immer alle denken. Wir reden definitiv auch über Volleyball, aber es ist jetzt nicht nur unser ganzes Leben. Und manchmal sagt Fabi zu mir auch, er wünschte, ich würde manchmal mehr mit ihm über Volleyball reden, aber ich finde es zum Beispiel auch ganz angenehm, einfach mal ein anderes Thema zu haben. Weil ich, wie vorhin schon erzählt habe, auch viel mit meiner Familie über Volleyball rede. Und das soll jetzt nicht nur unsere ganzen Gesprächsthemen beeinflussen, sage ich jetzt mal. Deswegen haben wir hoffentlich auch genug andere Themen. Aber nichtsdestotrotz redet man auch über Volleyball. Ja, na klar. Werden da denn auch mal die Spiele ausgewertet? Also, wenn ihr ein Spiel hattet, wird dann von Fabi auch schon mal geguckt, okay, da habe ich einen Fehler gesehen, gerade weil er auch Volleyballtrainer mit ist. Oder sagt er dann, ey, super Aktion gewesen. Ja, auch definitiv. Genau, er guckt eigentlich so gut wie alle Spiele von uns und kennt die Mädels auch ziemlich gut. Oder die Mädels kennen ihn auch mittlerweile sehr gut. Genau. Und da sagt er dann auch mal so, boah, das war ja lustig oder der Fehler war ja dumm. Also, wir analysieren jetzt nicht das ganze Spiel auseinander, aber manchmal ist es schon ganz lustig, so noch über das Spiel zu sprechen, ja. Und kann er dir Ratschläge geben? Kann er dir Tipps geben, was du vielleicht auch gerade, wenn du sagst, naja, ich fühle mich eigentlich gar nicht so als die selbstbewussteste Person, ist er dann da und kann dir weiterhelfen? Ja, also spezifische volleyballerische, taktische Tipps jetzt eher nicht, aber ich glaube eher so, grundsätzlich hilft er mir da total und baut mich auch öfter wieder auf und sagt auch, hey Lina, ich weiß, wie gut du bist und ich weiß, dass du das alles kannst und wie viel du auch schon gemeistert hast. Und hält mir das halt manchmal eher vor Augen als ich mir selber und dadurch, genau, hilft er mir einfach dann in solchen Momenten, in denen es vielleicht mal nicht so ganz gut läuft. Einfach total, ja. Kannst du das immer gut annehmen oder ist das manchmal auch schwierig? Denkt man sich da so, jetzt lass mal kurz gut sein. Ja, klar, also definitiv nehme ich das immer gerne an, aber manchmal habe ich auch mal Momente, wo ich auch abblocke und nicht über Volleyball sprechen möchte, weil mir das dann auch vielleicht einfach zu viel ist in dem Moment, wo ich mir so denke nach einem, zum Beispiel, ich sag mal nach einem Scheißspiel oder so, wo ich mit meiner eigenen Leistung überhaupt nicht zufrieden bin oder so. So, dann habe ich manchmal nicht unbedingt das Bedürfnis, da wieder drüber zu sprechen, sondern möchte meinen Kopf einfach irgendwie erstmal mit mir selber klarkommen und vielleicht dann auch meinen Kopf mit anderen Themen frei bekommen. Genau, weil man schläft meistens auch nach Spielen, wo man irgendwie mit sich selber nicht zufrieden ist, nicht so gut und ja, ich bin dann auch so ein ziemlicher Zerdenker. Ich analysiere das Spiel dreimal in meinem eigenen Kopf, genau, was es mir dann auch nicht immer einfacher macht, aber ja, irgendwie mittlerweile weiß er da ganz gut, wie er mit mir umzugehen hat oder mich zu handeln hat, meine Launen. Weil man das Thema Volleyball ansprechen kann oder wann man es halt auch lieber mal gut sein lassen soll. Ja, aber auch total verständlich. Also das ist dein Job, du bist tagtäglich mit den Mädels, mit den Trainern zusammen. Irgendwo muss ja auch mal der Raum geschaffen werden, dass man sagen kann, jo, jetzt mal Pause. Genau, absolut. Und ich habe auch super enge Freunde mittlerweile hier im Team, mit denen man auch über vieles reden kann oder mit denen man auch mal das Spiel auseinander klamüsert. Genau, und dann denke ich mir so, ja, jetzt muss ich nicht noch mit dem und dem und dem über das Spiel reden, jetzt reicht es auch mal. Das ist dann vielleicht auch dieser Spagat zwischen Profisportlerin und doch Privatperson, dass man sagen kann, wenn ich zu Hause bin, dann bin ich zu Hause und dann bin ich nicht Lina, die Volleyballspielerin, sondern dann bin ich einfach die Lina, die ich bin. Ja, ich wünschte, das wäre manchmal so einfach, dass ich sagen könnte, okay, nach einem Scheißtraining, ich lasse das jetzt hier in der Halle und gehe nach Hause und alles ist gut. Aber meistens nehme ich es doch mit nach Hause, aber das ist auch noch was, was ich lernen muss und lernen werde, glaube ich, manchmal das Training auch einfach in der Halle zu lassen. Und ja, genau. Ich glaube, das kommt auch mit der Zeit, dass man dafür sich auch lernt, wie man noch besser mit manchen Situationen umgehen kann. Und mit dem Alter wird einem vielleicht auch manches egaler, wo man jetzt noch sehr spezifisch drauf achtet, da sagt man sich später, ich weiß gar nicht, warum ich da so eine Welle gemacht habe. Absolut. Und ich glaube auch manchmal sage ich mir auch so, Lina, ganz ehrlich, du stehst hier jeden Tag in der Halle, übst deine Sachen, bis du umfällst und wenn es dann an einem Tag mal nicht läuft, dann lass es gut sein. Du weißt aber, dass es am nächsten Tag wieder laufen wird, weil du es eben schon hundertmal gemacht hast. Und man muss ja auch sagen, auf dem Feld, da sieht es ja auch immer gut aus. Also du bist ja wirklich eine Top-Nachwuchsspielerin, mittlerweile gar nicht mehr im Nachwuchs. Und das Wort braucht man eigentlich gar nicht mehr in den Mund nehmen. Aber weil du noch so jung bist und das, was du auf dem Feld da leistest, das ist schon absolut klasse. Danke. Unter der Saison bist du natürlich immer sehr eingespannt durch den Volleyball. Und hast du da vielleicht auch mal ein schlechtes Gewissen, dass du nicht so sehr privat da sein kannst, egal ob jetzt für Fabi oder auch für deine Familie? Ja, definitiv. Also gerade so, was meine Familie angeht, auch meine Großeltern. Ich habe das Glück, noch von beiden Seiten die Großeltern zu haben. Die sind echt noch fit, muss ich sagen. Das ist richtig schön. Ja, total schön. Aber umso trauriger macht es dann einen manchmal, wenn man halt eben nicht zu dem Geburtstag da ist und an Weihnachten nicht zusammen mit allen Weihnachten feiern kann, weil man eben am ersten Weihnachtstag hier schon wieder in der Halle steht, ja, dass man opfert schon wirklich viel dafür auf. Ich habe das Glück, dass ich so eine Familie habe, die wirklich viel Verständnis dafür hat. Und auch meine Großeltern sagen, die gucken sich immer die Spiele im Fernsehen an und schreiben mir dann immer über WhatsApp. Und das finde ich auch mittlerweile total toll. Die haben beide WhatsApp und ich kann mit denen FaceTime und die anrufen. Und zum Beispiel mein Onkel hat auch Volleyball gespielt, der schreibt mir auch des Öfteren. Der hat nämlich mit meinem Dad zusammengespielt, die beiden Brüder. Ja, genau. Ja, natürlich. Aber umso trauriger ist man manchmal dann, wenn man die nicht so oft sehen kann. Du hast es gesagt, gerade so Familienfeiertage. Wenn dann wirklich Weihnachten vor der Tür steht, dann schafft man es eventuell am 24. da zu sein an Heiligabend. Aber man weiß auch ganz genau, eigentlich muss ich morgen schon wieder los, weil wir wieder Training haben, weil zwischen den Jahren noch ein Volleyballspiel ansteht. Ist das für deine Familie dann, also klar, sie unterstützen dich, aber ist das trotzdem auch so ein kleines weinendes Auge? Ja, total. Also ich glaube gerade so an Feiertagen wie Weihnachten, wo irgendwie die ganze Familie zusammenkommt, ist man natürlich traurig, wenn man nicht da ist. Ich muss aber auch sagen, dass ich in den letzten Jahren wirklich oft den Luxus hatte, Weihnachten und auch ersten, zweiten Weihnachtstag zu Hause zu sein. Das war dieses Jahr somit das erste Jahr, an dem ich es nicht konnte. Und ich kenne auch von den anderen Mädels, zum Beispiel Pia Kessner hat mir erzählt, dass sie damals, als sie in Stuttgart gespielt hat, fast jedes Weihnachten in Stuttgart war und nicht nach Hause konnte. Vielleicht an Heiligabend, dass die Mädels da schon wirklich ganz andere Erfahrungen hatten. Und deswegen habe ich auch schon zu meinen Eltern gesagt, ich bin froh, dass ich die letzten Jahre irgendwie immer es geschafft habe, nach Hause zu fahren. Auch wenn es dann dieses Jahr dann nicht geklappt hat, aber man muss dann auch mal sozusagen dankbar sein für das, was man hat, weil es immer halt schlimmer sein könnte. Genau, aber ich weiß dann auch, dass meine Familie versucht, wenn ich den zweiten Weihnachtstag zum Beispiel jetzt nicht da war oder auch den ersten fast morgens musste ich, glaube ich, fahren. Dann haben sie irgendwie versucht, dass alle morgens schon kommen, dass ich sie wenigstens noch kurz sehen kann. Zum Beispiel meine Großeltern und so und haben mir dann auch noch was von der Ente mitgegeben, so nach dem Motto. Ja, das ist doch das Wichtigste, oder? Ja, wirklich, genau, die konnte ich dann bei mir in Schwerin essen. Also ja, doch, klar, ein weinendes, ein lachendes Auge, ja. Deine Familie kannst du zu Weihnachten schon sehen, aber außerhalb solcher Tage, wo dann für euch natürlich auch frei geschaufelt wird, dass ihr mal nach Hause fahren könnt, wie oft ist das da möglich, dass du deine Familie siehst? Also ich fahre jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt zwei Tage frei haben, eher nicht nach Hause, weil ich einfach dreieinhalb bis vier Stunden fahre und für eine Nacht mittlerweile mache ich es nicht mehr. Ja, früher habe ich es öfter gemacht, aber jetzt habe ich auch Fabi hier und dann bin ich auch froh, wenn ich zwei Tage mal ein bisschen entspannen kann. Genau, aber zum Beispiel, wenn wir jetzt das kommende Wochenende gegen Münster spielen und eh schon im Westen Deutschlands sind, sage ich jetzt mal und da dankbar bin ich, dass wir da wieder zwei Tage frei haben nach dem Spiel, da werde ich dann zum Beispiel zu Hause bleiben. Aber ja, es ist passiert so alle zwei, drei Monate, dass ich nach Hause fahre, genau. Ich möchte gerne ein kurzes Timeout mit dir nehmen. Im Volleyball ist es ja so, dass das Timeout schon dafür da ist, dass man sich wieder fokussieren kann, dass man sich wieder einordnen kann und einfach mal diesen Break hat. Das ist in ganz vielen Lebenssituationen so für ganz viele Menschen, dass man sich irgendwie sagt, boah, jetzt einmal kurz den Cut, einmal die Pause, um auch mal wieder kurz durchatmen zu können. Als Leistungssportlerin ist es oft schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen. Du hast uns jetzt schon sehr, sehr gute Einblicke geben können. Was tust du, um dich selbst, aber auch nicht aus den Augen zu verlieren? Gute Frage. Tatsächlich habe ich zum Beispiel noch nie ein Problem damit gehabt, Zeit mit mir selber sozusagen zu verbringen. Diese Me-Time, die brauche ich tatsächlich auch. Ich kann nicht immer Leute um mich haben, einfach weil man im Training immer Leute um sich hat und so. Und ich freue mich dann tatsächlich auch darauf, wenn ich mal Zeit für mich selber sozusagen habe und sie irgendwie mit einem guten Buch verbringen darf. Oder tatsächlich habe ich auch so ein Travel-Book, wo ich dann immer meine Fotos einklebe und kleine Texte zuschreibe oder so und ein bisschen kreativ bin. Das mag ich auch total gerne. Ja, einfach Me-Time sozusagen, Zeit für mich selber, die ich mit irgendwelchen kreativen Sachen verbringe. Und zum Beispiel weiß Fabi das auch, dass ich das öfter mal brauche, einfach Zeit für mich. Und er wird am liebsten jede freie Minute mit seiner Zeit mit mir verbringen. Auch verständlich, weil du manchmal wenig Zeit hast. Genau, genau, total. Aber manchmal bin ich dann auch so, boah, Fabi, ich brauche jetzt mal ein bisschen Zeit für mich selber oder mal einen Abend, wo ich mich ins Bett lege und einfach mal mein Buch lese. Und ja, das sind so meine kleinen Time-Outs in meinem Alltag. Ist super wichtig, dass man da einfach auf sich auch hört und auch sich selber wieder zurück in seinen Fokus bekommt, damit du dann auch wieder da angreifen kannst, wo du angreifen möchtest. Absolut, ja. Ja, gefühlt verbringst du 24-7 mit der Mannschaft. Also wirklich sehr, sehr viel Zeit, ob im Training, bei den Fahrten, bei den Spielen, irgendwelche sonstigen Termine. Welche Rolle nimmt denn die Mannschaft für dich ein? Och, eine riesige Rolle. Also wirklich dadurch, dass man sich jeden Tag sieht, das ist wirklich wie so eine zweite Familie. Natürlich ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und man hat auch Trainingseinheiten, wo man sich mal gegenseitig ein bisschen anmeckert. Aber nichtsdestotrotz schätzt hier jeder jeden sehr wert und ich muss auch sagen, ich finde es total toll, wie harmonievoll wir sind und wie gut wir uns alle verstehen. Es gibt irgendwie keiner, der sich nicht mit allen gut versteht, sag ich jetzt mal. Und ich glaube, das macht uns diese Saison auch so aus irgendwie. Man wächst ja schon zusammen durch diese gesamte Zeit, die man miteinander verbringt. Wie ist das, wenn dann nochmal innerhalb der Saison neue Spielerinnen dazukommen? Wie nimmt man die dann auf? Ja, natürlich nimmt man die offen auf, weil für die ist es auch nicht leicht, hier hinzukommen, mitten in der Saison, sag ich jetzt mal. Aber also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, es bringt überhaupt keine Unruhe rein. Natürlich, neue Leute bringen immer neue Sachen mit und neue Perspektiven auch irgendwie, neue Möglichkeiten. Und ich muss sagen, ich bin total dankbar über die zwei Neulinge, die sozusagen diese Saison dazu gekommen sind. Natürlich kennt man die andere Person am Anfang noch nicht so gut, aber das ändert sich ganz schnell, weil man ja so viel Zeit miteinander verbringt. Und ich war zum Beispiel mit Alice auch am Anfang, Alice Dambring, direkt auf einem Zimmer bei den Auswärtsfahrten. Und klar, man kannte sich vorher halt so gar nicht, aber dadurch ist man irgendwie schnell zusammengewachsen, was auch total schön ist, ja. Wie gut lernt ihr euch denn eigentlich kennen? Also was wisst ihr so alles übereinander? Gefühlt alles. Man weiß echt viel über die anderen, gerade so. Man hat mit Sicherheit auch seine ein, zwei, drei Personen, mit denen man sich sehr gut versteht oder die sozusagen einem näher stehen und mit denen man mehr teilt. Ja und ich finde es ganz lustig, weil wir halt auch in unserer Freizeit so viel miteinander machen. Man könnte ja sagen, boah, nee, jetzt haben wir die Schnauze voll, weil wir uns jeden Tag gefühlt sehen und jeden Tag zusammen hier unseren Schweiß aufs Feld fallen lassen oder so. Das muss man auch erstmal können und aushalten. Nee, aber nichtsdestotrotz haben wir immer noch, freuen wir uns irgendwie aufeinander und haben irgendwie immer noch Bock darauf, miteinander Zeit zu verbringen. Zum Beispiel heute Abend, heute ist ja Donnerstag, wenn wir gerade unsere Aufnahme hier haben und läuft Germany's Next Topmodel natürlich. Ja, das war schon immer Thema, das war schon immer so. Genau, wird es auch natürlich zusammen geguckt und auch heiß diskutiert, wer denn sein Favorit ist oder was gar nicht geht. Nee, aber das macht total Spaß mit den Mädels. Wie kann man sich das vorstellen? Ihr sitzt dann alle zusammen in einer Wohnung und da geht es dann heiß her. Wie findet ihr die, wie findet ihr die? Ja, nee, genau so ist es tatsächlich. Wir kötschen uns meistens irgendwie zu sechs, siebt auf die Couch oder sitzen davor und urteilen natürlich auch über das Outfit und die Schuhe gehen gar nicht. Aber das ist so lustig, genau. Und es ist einfach schön, miteinander Zeit zu verbringen, mal nicht über Volleyball zu reden, andere Gesprächsthemen zu haben. Ja, und da kommt man sich auch nochmal definitiv näher und lernt andere Seiten von den Mädels kennen. Man spricht da auch über andere Sachen, über Freunde, Familie, das ist alles Thema. Und doch ist es irgendwie schön, dass wir trotz dessen, dass wir so viel Zeit miteinander während des Volleyballs verbringen, auch außerhalb uns so gut verstehen. Und welche Wohnung ist da meistens so der Place to be? Tatsächlich rotieren wir. Wir nehmen jedes Mal eine andere Wohnung und sind bei jedem sozusagen mal und bringen dann irgendwelche Leckereien mit oder snacken uns durch den Abend und das ist irgendwie echt ganz schön. Hört sich richtig entspannt an, richtig schön. Doch, das tut auch richtig gut. Das ist eine schöne kleine Alltagsflucht. Du hast ja schon gesagt, du hast bei den Auswärtsspielen eine Zimmerpartnerin. Also ist es nicht so, dass ihr alleine auf dem Zimmer seid, sondern ihr habt immer jemanden mit euch zusammen. Wer ist das in dieser Saison bei dir? Anne, Annegret Hölzig. Genau, auch schon letzte Saison. Wir verstehen uns da total gut, haben auch irgendwie so den gleichen Tagesablauf, Tagesrhythmus, sage ich jetzt mal. Das unterschätzen auch viele, weil es gibt Langschläfer, es gibt Leute, die gerne drei Stunden früher aufstehen und schon früh zum Frühstück gehen. Und tatsächlich haben wir uns da irgendwie gefunden und auch es direkt für diese Saison gesagt, wir bleiben auf jeden Fall zusammen. Das könnt ihr euch auch selber aussuchen. Ja, genau. Doch da haben wir zum Glück die Freiheit und können uns das selber aussuchen. Ich kenne auch andere Teams, wo das festgelegt wird oder jedes Mal rotiert. Aber ich finde es ganz schön, dass wir so sozusagen immer dieselbe Person haben und ich bin auch ganz dankbar dafür, dass ich mit Anne auf dem Zimmer bin, weil wir uns einfach total gut verstehen und auch beide einen sehr ruhigen Schlaf haben, weil wir beide es überhaupt nicht haben können, wenn jemand schnarcht oder irgendwie laut atmet oder so. Genau, für mich die perfekte Zimmernachbarin. Wie kann man sich einen Abend und auch einen Morgen bei euch vorstellen? Einen Abend? Meistens tatsächlich gucken wir zusammen irgendwas im Fernsehen, was wir beide zu Hause einzeln nie so machen würden. Oder gucken irgendwie eine Serie und snacken dabei irgendwas. Also ja, meistens ist es relativ entspannt, dadurch, dass man abends oft noch, wenn wir ankommen, Training haben und da passiert dann nicht mehr viel. Abends liegen wir nur noch im Bett. Genau, und morgens, ja, gibt es erstmal einen Kaffee und wir gehen zum Frühstück. Genau, das ist so auf jeden Fall ein Must-Have, der Kaffee am Morgen bei Anne und mir. Ja. Das macht ihr aber auch alles zusammen, also den Abend zusammen, den Morgen zusammen. Alles zusammen, wir pusten zusammen unsere Zähne. Wir gehen zusammen zum Frühstück. Auch so ein bisschen wie so ein kleines Ehepaar. Ja, genau. Hört sich total harmonisch an. Nee, ist aber auch total harmonisch, genau. Ja, und da lernt man die Person natürlich auch nochmal komplett anders kennen, wenn man mit dem auf dem Zimmer ist, die ganzen Auswärtsfahrten. Und ich glaube einfach, also Anne und ich, wir verstehen uns total gut und ich muss auch sagen, sie gehört absolut zu meinen engeren Bezugspersonen hier. Ja, und ich bin echt froh, dass ich mit ihr auf dem Zimmer bin, ja. Also das hört sich so an, als wenn es wirklich immer gut funktioniert oder gibt es doch auch irgendwelche kleinen Marotten, wo es dann doch mal Stress gibt? Also ungelogen, die gibt es wirklich bei uns nicht. Also ohne Scheiß jetzt. Miteinander seid ihr einfach perfekt. Wirklich, es meinte Anne aber auch schon irgendwann mal zu mir, da sagte sie so, ja, Paulina, ich kann es gar nicht glauben, dass wir uns irgendwie so, also dass wir so gut miteinander klarkommen. Und ja, also ich könnte dir jetzt wirklich kein Beispiel nennen. Beide gleich ordentlich. Ja, wirklich, das ist auch wichtig, ja, Badezimmerzeiten passen auch voll gut, beide gleich ordentlich, wir stellen nicht das komplette Zimmer auf den Kopf. Ja, wirklich, das ist gut. Und da ist es ja so, dass du aber nicht diesen Platz für dich alleine hast, auch nicht diesen Raum für dich alleine, wo du vielleicht mal nur in deinen Gedanken abschalten kannst. Fehlt dir das dann oder ist es vor einem Spieltag eigentlich auch viel besser für dich, dass du dann jemanden direkt bei dir hast? Ja, ich sag mal so, es fehlt mir jetzt nicht, dadurch, dass es einfach nur eine Nacht ist und dann ist es auch irgendwie ganz schön, bei jemandem zu sein oder jemanden zu haben, mit dem man auch irgendwie offen irgendwie über alles sprechen kann, wenn man mal irgendwie total aufgeregt ist, ein wichtiges Spiel hat oder genau, irgendwie hat man sonst andere Themen, die einen beschäftigen und das kann man da eben ja echt, also mit Anne kann ich das echt immer ansprechen. Also wir haben jetzt auch Abende, wo wir einfach beide in unserem Bett liegen und uns, was heißt anschweigen, aber wo es so eine entspannte Leichtigkeit ist und wir jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie reden oder quatschen müssen und das ist dann beidseitig total okay und das ist auch schön, wenn es dann einfach mal ruhig ist. Muss man auch können, dass man auch miteinander schweigen kann, sowohl in einer Beziehung als auch in so einer eng Freundschaft. Genau, es ist jetzt auch keine unangenehme Ruhe sozusagen, deswegen fühle ich mich da echt gut bei ihr aufgehoben. Und wenn ihr abends zusammen auf dem Zimmer seid, dann ist ja klar, gut, morgen geht's los, morgen haben wir das Spiel. Ist das nochmal Thema? Wird da nochmal drüber gesprochen? Wie kann das morgen ablaufen? Und was sind vielleicht unsere Sorgen, unsere Ängste? Oder wo glaubt ihr, dass ihr da auch schon total super den Job machen werdet? Definitiv ist das auch mal Thema, gerade auch, weil wir selber die gleiche Position beide spielen. Man könnte ja jetzt meinen, dass wir voll den Konkurrenzkampf haben, aber zum Beispiel, weiß ich nicht, sind wir da irgendwie ganz offen, was das angeht. Und manchmal sagen wir auch so, boah, irgendwie morgen, keine Ahnung, wer bei uns spielen wird, aber du, wir haben den Gegner vorbereitet und wir können das und das und das machen. Das sind unsere Möglichkeiten. Ja, da reden wir echt offen miteinander. Also kann es auch schon sein, dass wenn du nicht aufgestellt wirst, dass dann Anne aufgestellt wird, aber das ist für euch super, super easy? Ja, zum Beispiel muss ich auch sagen, dass ich im Dezember und Januar auch krank war und da hatte ich mir in Serbien so einen ganz fiesen Virus eingefangen und lag wirklich total flach und konnte auch nicht wirklich irgendwelche Nahrung zu mir nehmen. Da ist dann Anne für mich eingesprungen und hat das auch richtig gut gemacht und auch die Wochen, als ich wieder fit war, hat es bei mir natürlich ein bisschen gedauert, aber Anne hat richtig gut trainiert und sich das dann auch absolut verdient zu starten und dann in solchen Spielen zu spielen. Genau, und da gönnt man sich das dann auch gegenseitig und eben dadurch, dass wir uns so gut verstehen, ist man jetzt nicht irgendwie sauer oder genervt, weil der andere startet, das überhaupt nicht. Und ich weiß auch, dass es glaube ich nicht selbstverständlich ist, dass man sich das gönnt. Würdest du sagen, du kannst dich gut dann auch auf sie verlassen, also dass sie dir auch so einen gewissen Druck abnimmt, wenn es bei dir gerade mal nicht geht, weil du, wie du gerade erzählt hast, zum Beispiel mal krankheitsbedingt ausfällst? Ja, absolut. Also ich glaube, Anne hat jetzt auch über die Saison schon bewiesen, dass sie öfter reingekommen ist und sich auch präsentieren konnte und auch eine gute, solide Leistung gebracht hat. Und auch vom Spielertyp würde ich sie zum Beispiel auch eher mit mir vergleichen als mit Lindsay, weil wir beide einfach gute Annahmespielerinnen sind sozusagen und gute Allrounder, sage ich jetzt mal. Ja, und da, wenn es bei dem einen einfach mal nicht so gut läuft, dann hat der andere halt seine Chance verdient. Total spannend, finde ich auch auf dem Feld. Da seid ihr ja immer ein bisschen kleiner zu sehen, gerade wenn man es dann im Fernsehen schaut oder über den Stream schaut und ihr seht euch auch noch total ähnlich. Also wenn ich die Nummer auf dem Trikot nicht sehen würde, dann würde ich manchmal nicht wissen, spielt jetzt eigentlich Lina oder spielt Anne? Aber ich glaube deswegen, dass es auch so ein, also jetzt nicht das Aussehen ist ein Grund, dass wir uns so gut verstehen, aber ich glaube einfach, dass wir vom Typ her auch so ähnlich ticken. Man würde, glaube ich, meinen, dass die fehlende Zeit, die unter der Saison nicht da ist, dass man die dann in der Saisonpause einfach aufholt. Aber da bist du auch ganz schön eingespannt. Das, glaube ich, funktioniert nicht so, wie viele vielleicht draußen sich das vorstellen. Denn wenn du nicht gerade für den SSC auf dem Feld stehst, dann nämlich für die deutsche Nationalmannschaft. Wie sieht das am Ende der Bundesliga aus? Geht es da sofort los oder hast du erst mal ein bisschen Pause wenigstens? Ja, das geht meistens tatsächlich direkt los. Die Pause besteht dann höchstens aus einer Woche. Die muss man sich manchmal auch ein bisschen erkämpfen, die paar freien Tage. Natürlich hätte der Bundestrainer am liebsten dich direkt nach der Saison bei ihm, einfach damit man mehr Vorbereitung auf die kommenden Turniere, zum Beispiel die Nations League hat, die am Beginn des Sommers immer direkt ansteht. Ja, aber es ist wirklich wichtig, dass man da auch ein paar Tage kurz abschalten kann, weil auch über den Sommer verteilt hat man maximal drei Wochen, sage ich jetzt mal, Sommerferien, Schrägstrich Urlaub, in denen man wirklich nur frei hat, sage ich jetzt mal. Sonst ist man als Nationalspielerin eigentlich von Ende der Saison im Mai bis Ende September, Anfang Oktober komplett eingebunden, was von der Zeitperiode wirklich auch wieder so eine komplette Saison ist. Ja, man muss sagen, die Bundesliga startet meistens September, Oktober, geht dann, bis die Playoffs vorbei sind, April, Mai. Und wie du sagst, die Nationalsaison, die ist dann eben genau von Mai bis September. Also das schließt alles sehr miteinander ab. Wie kannst du die freie Zeit dann nutzen? Was ist dir wichtig in der freien Zeit, die du hast? Tatsächlich habe ich es in den letzten Jahren immer geschafft, mit meiner Familie und Fabi irgendwie noch in den Urlaub zu fahren. An die Nordsee? An die Nordsee nach Langeoog, genau. Oder nach Borkum sind wir oft gefahren, einfach weil es einfacher ist, da irgendwie ein Ferienhaus für die ganze Familie zu buchen. Und dann auch mit Hund, genau, das ist auch nicht so ganz einfach, damit kannst du nicht mal eben so fliegen. Genau, und mein Bruder und meine Schwester waren eigentlich auch fast immer mit dabei und der Freund meiner Schwester war letztes Jahr auch mit dabei. Also wir haben teilweise auch das ganze Haus gefüllt, was total schön ist, muss ich sagen, weil ich glaube, das ist nicht normal, dass ich jetzt mit meinen 22 Jahren, meinen Bruder mit seinen 24 Jahren und meine Schwester, die ist drei Jahre jünger als ich, das sozusagen nicht mehr als Kleinkinder, dass man trotzdem noch mit seinen Eltern in den Urlaub fährt. Genau, das ist nicht selbstverständlich. Und für mich mit einer der schönsten Zeiten im Jahr, wenn ich mit meiner kompletten Familie irgendwo bin und wirklich auch mal aktiv Urlaub machen darf und jetzt nicht nur für zwei Tage dort bin, wirklich da versuche ich in den ein, zwei Wochen das aufzusaugen, was ich sonst halt nicht so oft habe und die Zeit mit denen einfach sozusagen nachzuholen, aber nachholen kann man nie alles. Aber trotzdem bin ich total dankbar für die Wochen oder die Zeit, die ich mit denen habe. Und ja, das gibt mir dann immer neue Energie für den Sommer, für die Nationalmannschaft und ja, wie gesagt, mit der schönsten Zeiten im Jahr. Nehmen sich dann extra alle so den Urlaub, dass ihr mit dir, dass alle mit dir zusammen dann verreisen können? Letztes Jahr hat es tatsächlich noch geklappt, ja. Dieses Jahr wird schwierig, weil meine Schwester jetzt Medizin studiert und keine Semesterferien hat, wenn ich frei habe. Deswegen wird es wahrscheinlich diesen Sommer das erste Jahr, wo es nicht klappen wird, dass wir alle zusammen wegfahren. Ja, aber mal gucken, vielleicht klappt es für zwei, drei Tage, dass sie dann auch noch mit dazu kommt. Dass du da auch noch ein bisschen Schwesternzeit rausholen kannst. Genau, absolut. Tatsächlich ist es auch ganz lustig, weil wir am selben Tag Geburtstag haben, meine Schwester und ich. Am selben Tag Geburtstag, aber keine Zwillinge. Nee, genau. Am selben Tag Geburtstag nur drei Jahre auseinander und irgendwie haben wir es fast immer geschafft, an diesem Tag zusammen zu sein. Ich weiß noch einmal, mit der Jugendnationalmannschaft waren wir in, wo war es denn, Albanien, glaube ich, und haben ein Qualifikationsturnier für die Europameisterschaft damals gespielt. Und während meines Geburtstags halt und auf einmal standen meine Eltern und meine Schwester da in Albanien in der Volleyballhalle. Und du wusstest es nicht. Und ich wusste es nicht und ich bin angefangen zu heulen auf dem Spielfeld wie so ein Wasserschlot, wirklich. Ach, ich weiß nicht, da konnte ich meine Emotionen nicht mehr zurückhalten, weil ich das so schön fand. Und ich mich schon gewundert hatte, warum meine Schwester die ganze Zeit nicht ans Telefon geht. Aber ja. Sie geht nicht ran, sie schreibt nicht, sie antwortet nicht, was da los. Genau. Sehr schöne Überraschung, ja. Das ist wahrscheinlich auch einmalig, das bleibt einem auch immer in Erinnerung. Und da merkt man auch wieder, wie die Familie dann dahinter steht und was für ein Verband da einfach auch da ist. Und wenn dann quasi die freie Zeit leider vorbei ist, wie geht es dann weiter mit der Nationalmannschaft? Genau, dieses Jahr nach der Nations League hat man dann meistens diese ein, zwei Wochen frei. Dieses Jahr haben wir die Europameisterschaft, wo wir die Quali ja in Deutschland tatsächlich spielen, in Düsseldorf. Und auch noch dann im September die Olympia-Qualifikation. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann dir jetzt nicht die genauen Daten sagen. Das ist so der grobe Plan für den Sommer. Und ich weiß, dass ich dann von Anfang, Ende Mai sozusagen bis Anfang Oktober da genau eingeschlossen bin. Und ja. Ist das entspannter, wenn man weiß, okay, die Meisterschaft, die findet dann in Deutschland statt, dass man nicht so viel umherreisen kann? Ja, total. Ich muss sagen, ich finde es ganz aufregend, dass sie mal in Deutschland ist. Und auch in Düsseldorf, zu meiner Heimat ja näher, als wenn sie jetzt in Berlin oder so wäre. Genau. Und ich bin auch mal gespannt, wer da so vorbeikommt und würde mich auch freuen, da einige bekannte Gesichter zu sehen. Ja, aber ich muss sagen, also gerade so die Zeit mit der Nationalmannschaft, ich habe da auch ein paar Freunde, die mir echt durch die Jahre ans Herzen gewachsen sind und auf die ich mich jetzt schon wieder total freue, muss ich sagen. Wir auch regelmäßig miteinander irgendwie telefonieren und dann so Gruppencalls machen, sage ich jetzt mal. Ich glaube, man geht nicht nur zur Nationalmannschaft wegen der Nationalmannschaft, sondern einfach die Leute, die einem über die Zeit dort ans Herz gewachsen sind. Du bist jetzt beim SSC natürlich, eingespielt mit der SSC Mannschaft und dann kommt die Nationalmannschaft. Wie funktioniert es, dass man sich da auch auf die ganzen Mädels wieder einstellt spielerisch? Ja, natürlich ist es am Anfang, sieht man noch im Training, dass man sich lange Zeit nicht gesehen hat und da ein paar Abstimmungen fehlen. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt das große Glück, dass ich mit Pia über die Saison zusammengespielt habe und wir auch eine ganz gute Connection haben und die dann natürlich auch mit in die Nationalmannschaft nehmen dürfen. Das ist schon ein großer Vorteil, definitiv. Aber ich glaube, nach ein, zwei Wochen Training mit den anderen Mädels wird das auch ganz schnell wiederkommen. Du kannst natürlich als junge Spielerin und als sozusagen Top-Talent national und international sehr viele Erfahrungen sammeln. Wie sehr hat dich das in den letzten Jahren schon weitergebracht? Ich glaube, immens. Also es hat mich immens weitergebracht, einfach dadurch, dass ich so viele Spieler auch international absolvieren durfte, weil man gerade eben zum Beispiel in der Nations League super viele Spieler an einem kurzen Zeitraum hat gegen Top-Teams, gegen die Besten der Welt. Da durfte ich schon wirklich früh viele Erfahrungen sammeln, die man dann halt auch mit in die Bundesliga-Saison nehmen darf, mit in den Liga-Alltag. Ja, und da lernt man definitiv viel. Natürlich wird man da auch mal eben verkloppt von den besten Teams der Welt zum Beispiel. Das passiert dann ja. Ja, Serbien oder Italien, da ist man dann nicht ganz so erfolgreich manchmal, wie man es sich wünscht. Aber das sind halt eben die Besten der Besten und von denen kann man nur lernen. Du spielst dort auch in der Starting Six und lastet da aber manchmal auch der Druck dann sehr auf einem? Sind die Erwartungen da noch größer, weil es eben die Nationalmannschaft ist? Ja, also die Erwartungen sind definitiv auch sehr groß. Ich würde jetzt nicht sagen größer als hier, weil letztendlich die Leistung, die du bringen kannst, ist ja irgendwie dieselbe. Ich kann jetzt nicht auf einmal zack, nur weil ich in der Nationalmannschaft bin, besser Volleyball spielen, als dass ich es hier kann. Nichtsdestotrotz, klar sind die Erwartungen groß und auch der Druck. Und wenn du da mal nicht so gut performst, dann wirst du halt auch rucki zucki ausgewechselt. Da kommt die nächste gute Außenangreiferin. Ja, und dann ist halt so ein bisschen, sage ich jetzt mal, die Anforderung, dass du deine Leistung bringst, halt wirklich hoch. Du spielst gegen Top-Mannschaften, gegen Top-Athleten aus der ganzen Welt, die teilweise an der Weltspitze sind. Du hast selber schon gesagt, Serbien, Italien, mitunter auch Türkei. Da trifft man natürlich auf ganz, ganz große Volleyballspielerinnen. Triffst du da auf Idole? Ja, ich muss sagen, natürlich kennt man viele der Gesichter, die dort in den Top-Teams spielt. Und man hat auch irgendwie so eine gewisse Ehrfurcht vor denen, weil man sie auf einer Seite anhimmelt, aber auch auf der anderen Seite sich so denkt, boah, es wäre schon mal cool, die jetzt zu besiegen und die ein bisschen zu ärgern. Und ja, deswegen, also ein großes Idol habe ich jetzt dort nicht, aber nichtsdestotrotz hat man riesen Respekt für solche erfahrenen Spieler einfach auf dem Niveau, die auch sehr beständig ihre Top-Leistung bringen können. Und ja, wie gesagt, da kann man nur von lernen. Genau, und wer weiß, vielleicht eines Tages kommen da neue Spielerinnen, Jüngere, die dann genauso aufschauen zu dir. Und das ist halt auch so ein Antrieb, weswegen man Nationalmannschaft spielt. Genau. Ist das Motivation für dich, dass du sagst, okay, das ist eine große Spielerin und kannst du selber auch für deine Spielweise da was mitnehmen? Ja, man schaut sich natürlich gerade auch die Spielerinnen an, die auf deiner eigenen Position spielen. Und ich finde zum Beispiel Kelsey Robinson total toll. Das ist eine Ausnahngreiferin aus der USA, die ich mir gerne angucke, wie sie spielt und versuche, viel davon zu lernen. Und ja, genau, das ist dann auch schon so eine Motivation, definitiv. Wenn du nochmal zusammenfassen würdest, die Nationalmannschaft, das Sein in der Nationalmannschaft, was bedeutet das für dich? Ja, also erst einmal ist es überhaupt nicht selbstverständlich, Nationalmannschaft zu spielen. Und ich finde, dann darf man darauf auch ruhig stolz sein. Und auch, ja, wie gesagt, es ist auch eine gewisse Ehre einfach. Und klar, wenn man Profisportlerin werden möchte, ist Nationalmannschaft immer so ein Traum. Und ja, wie gesagt, man sollte einfach stolz darauf sein, dass man Part oder Teil dieses Ganzen sein darf und auch noch mit deinem Hobby sozusagen so weit gekommen bist. Genau, und dann dementsprechend auch vielleicht einfach ein Vorbild für jüngere Generationen sein darfst oder sein kannst. Ja, deswegen als Nationalmannschaft wirklich so ein Herzensprojekt einfach. Ich glaube, Herzensprojekt trifft es auch ganz gut, weil das ist natürlich nicht eure Hauptarbeit, wodurch ihr euren Lebensunterhalt verdient, sondern da geht ihr freiwillig hin. Ihr seid stolz darauf, dass ihr es geschafft habt und ihr verdient damit kein Geld. Das muss man auch mal sagen. Ich glaube, das wissen viele Menschen auch gar nicht, dass man mit der Nationalmannschaft jetzt nicht das große Geld macht, wenn überhaupt, beziehungsweise eigentlich gar kein Geld. Dass du da wirklich nur bist wegen der Ehre, weil du dein Land vertreten darfst. Genau, wegen der Menschen, die dort sind und weil du eben Erfahrungen international sammeln darfst. Genau, deswegen finde ich auch, dass das Herzensprojekt einfach gut beschreibt, ja. Am Ende eines Spiels wird immer die MVP gewählt, das heißt Most Valuable Player, also die wertvollste Spielerin. Von dir möchte ich gerne dein MVM wissen, also deinen Most Valuable Moment. Welcher Volleyball-Moment ist der für dich bisher wichtigste? Ich glaube, da habe ich zwei tatsächlich. Der eine war erst tatsächlich vor kurzem, als wir jetzt den Pokal mit nach Schwerin bringen konnten, genau, den Pokalsieg holen konnten. Das war, ich weiß nicht was, aber das war so emotional und da ist so ein Riesenstein von meinem Herzen gefallen, weil ich das so sehr wollte. Klar ist das jetzt schon sozusagen mein zweiter Pokalsieg, aber irgendwie war es dieses Jahr nochmal was komplett anderes. Und ich weiß nicht, warum es so viel besonderer war als vor drei Jahren, aber irgendwie habe ich den Weg, der zum Pokalsieg führt, viel mehr schätzen gelernt dieses Jahr, weil es wirklich so ein steiniger Weg ist, bis du da im Pokalfinale stehst und wir in dem Halbfinale gegen Stuttgart einfach schon fast tot waren, muss man sagen und es irgendwie das Ruder rumbekommen haben und uns da in dieses Finale gekämpft haben. Deswegen finde ich, ist es dieses Jahr nochmal viel besonderer gewesen als vor zwei Jahren. Genau und mein zweiter Moment ist tatsächlich, als ich das erste Mal in der Nationalmannschaft gespielt habe. Das war nämlich mein allererstes Spiel in Münster gegen Polen, war das ein Länderspiel und da bin ich auch, sage ich jetzt mal, nur für einen Aufschlag einmal reingekommen, aber ich habe mir so in die Hosen gepullert. Wirklich, ich glaube, ich habe selten so sehr gezittert, wenn ich einen Volleyball in der Hand gehalten habe. Ja, aber da war meine Familie anwesend und irgendwie auch schön. Damals habe ich noch in Münster gespielt, das in meiner eigenen Halle damals erfahren zu dürfen und ich weiß nicht, das hat mir so ein Hochgefühl gegeben, auch wenn es nur ein Aufschlag war, dass ich mir wirklich fest vorgenommen habe, da mein großes Ziel ist es für lange Zeit in der Nationalmannschaft zu spielen und da wirklich auch mich zu etablieren. Und ja, irgendwie, das hat mir einen ganz anderen Aufschwung nochmal gegeben. Deswegen würde ich das als meinen zweiten Most Valuable Moment betiteln. Ja, sehr schöne Momente. Das sind wahrscheinlich auch genau solche Momente, mit denen du zum Volleyball gekommen bist, noch mehr in den Volleyball reingewachsen bist und den du jetzt aber auch für die nächste Zeit, gerade mit dem Pokalfinale, dann auch immer weiter mitnimmst. Ja, ich muss auch sagen, ich gucke mir immer noch total gerne Fotos jetzt von dem Pokalfinale an oder irgendwelche kurzen Videos und das gibt einfach immer noch so viel positive Energie und Kraft und so viel Motivation. Ich glaube, genau für solche Momente lebt man einfach in dem Sport dann. Super schön gesagt zum Abschluss. Lina, vielen, vielen lieben Dank, dass du bei mir warst. Ich fand es total toll, dass du uns so persönliche Einblicke gegeben hast, dass du uns wirklich so in dein Leben reingelassen hast und wir dich auch einfach mal abseits des Feldes kennenlernen durften. Dankeschön. Ich fand, es hat auch echt Spaß gemacht. Gerne wieder. Ich fand es total toll, dass du uns so in dein Leben reingelassen hast,